Wacky angeln. Das ist verrückt, das ist durchgedreht und das ist Standard in den USA. Und das macht richtig Bock. Und weil das so viel Bock macht, hier das Video, alles über das Wacky-Wick. Let's go! Ja, moin Freunde, ich bin Silvan von Fischer Wino und heute dreht sich alles um das gute alte Wacky-Wick. Ja, Wacky ist Englisch und heißt so viel wie durchgeknallt, verrückt. Klingt also schon mal vielversprechend, oder? Ja, und das ist es auch, denn das Wacky-Wick ist hierzulande oft missverstanden und auch unterschätzt, wie ich finde. Warum das so ist und wie du das Wacky-Wick an deinen Gewässern erfolgreich einsetzen kannst, das verrate ich dir gleich. Vorher aber die Bitte, diesen Kanal doch zu abonnieren. Es gibt wöchentlich ein Video mit viel Infos zum Thema Raubfischangeln, natürlich auch wieder viele Videos vom Wasser. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier öfter sehen und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Ja, aber jetzt zurück zum Wacky-Wick. Bevor ich ins Detail gehe, ein Missverständnis müssen wir, glaube ich, gleich mal klären. Es gibt nämlich nicht nur das eine Wacky-Wick, sondern es gibt ja viele Wicks, an denen man Köder auf die Wacky-Wise oder auf die Wacky-Art anbringen kann. Was ist die Wacky-Art der Anköderung und was ist das ganz klassische Wacky-Wick? Das ist einfach. Ja, das klassische Wacky-Wick sieht so aus. Einfach Fluorocarbon, ein Finessehaken und dann ein Gummiwurm, den man ungefähr mittig anködert. Ja, das war es auch schon. Und das ist auch die Wacky-Anköderung. Ja, also dieses mittige Durchstechen beim Gummiwurm, dass der sich eben sehr wild im Wasser bewegt, sehr verrückt, sehr crazy. Wacky eben. Das geht jetzt nicht nur mit Würmern, sondern auch mit vielen anderen Ködern, die länglich gestaltet sind, sehr beweglich sind und die man eben mittig anködern kann, dass sie diese verrückte Aktion zeigen. Das klassische Wacky nennt man im Fachjargon auch Weightless Wacky. Ist ja logisch, wir haben bei dieser Montage hier kein zusätzliches Gewicht, irgendwie einen Jig-Kopf oder was weiß ich. Das heißt, wir verlassen uns darauf, dass dieser Köder beschwert ist, also Salz beinhaltet zum Beispiel, dass die Mischung sinkt und sich dabei schon bewegt. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, das Ding wird nicht wirklich schnell sinken, da komme ich nicht wirklich auf Tiefe. Deswegen ist Weightless Wacky eben auch was für, ja, das Flachwasser im Sommer, wenn es warm ist, Krautkanten, Ufernähe generell, Zwischenseerosen. Das sind so die Spots, wo die Fische sich sowieso gerne so einen Wurm auch mal wegsnacken und wo man das Weightless Wacky-Wick auch anbieten kann. Das wird den Staaten ja sehr, sehr gerne gemacht. Das kennt ihr vielleicht auch aus Videos von den Best Pros, die dann vom Boot angeln und auch mal so einen Wurm schön unter einen Steg skippen. Sieht total cool aus und fängt auch ohne Frage. Aber wer macht das in Deutschland? Das ist hier keine Technik, die man wirklich einsetzt und über das Jahr gesehen sowieso nicht. Von daher, das ist eben was fürs Flachwasser, für die beschriebenen Spots. Das klassische Wacky-Wick ist daher eine coole Sache, klar. Aber wenn wir mal in fünf Meter Tiefe angeln wollen, ja, da klappt es natürlich nicht. Da brauche ich irgendwas anderes. Und da sagen eben viele Leute, dann angel ich auch nicht Wacky. Ist vielleicht aber ein Fehler, denn wie ich selber lernen musste, gibt es doch viel mehr Möglichkeiten als nur dieses Weightless Wacky-Wick, um eben Wacky zu fischen. Ja, man kann natürlich eins zu mit Nailsinkern in den Köder rein und dann beschwert man das Wick, ist dann ganz schnell auch ein Nailkowick. Da haben wir auch ein Video zu gemacht, kannst du dir mal ansehen. Und ja, es gibt aber mehr Möglichkeiten, das Wacky-Wick auch tiefer zu fischen, sehr viel vielseitiger zu fischen. Das heißt auch im Grunde, dass es hierzulande bei uns funktioniert, an unseren ganz durchschnittlichen Hausgewässern. Und ja, da kann Wacky wirklich eine Macht sein, wenn man es richtig macht. Ja, und das geht so. Also, Weightless Wacky geht nicht tief genug, kein Problem, machen wir eine Chebu dran. Ganz einfache Montage, ja, einfach Wacky anködern mit einem Haken, kann ein Chebu-Haken sein, gehen auch viele Finesse-Haken, wo das Öhr nicht zu klein ist. Dann einfach die Chebu montieren, fertig. Einfach absinken lassen, anzupfen, absinken lassen. Mehr braucht man nicht machen. Sinkt deutlich tiefer ab, fängt sehr gut, ja, und schon kann man auch an seinem Hausgewässer, sagen wir mal was, 5 bis 10 Meter tief ist, so den Barschberg dort genau abfischen. Ja, dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Das ist so ein bisschen mein Favorit geworden. Hatte ich nämlich ziemlich viel Erfolg gehabt letztes Jahr. Das ist das Wacky-Wick Dropshot-Style. Ist auch keine schwierige Montage. Man nimmt einfach einen Dropshot-Trick, ja, und macht dann den Gummi-Wurm-Wacky an den Dropshot-Haken dran. Wir haben dazu auch ein Video gemacht zum Dropshot-Wick, kannst du dir auch mal ansehen, mit sehr vielen Infos. Und der Vorteil, wie wir da auch sagen, ist natürlich, ich kann das Dropshot-Gewicht wählen, wie ich es brauche. Ich kann also sehr weit rauswerfen, ich kann auch sehr tief angeln, ist überhaupt kein Problem. Dennoch kann ich den Köder immer wieder, ja, weightless absinken lassen, weil ich ja beim Dropshot-Angeln den Köder auf der Stelle führen kann. Kann ihn anzupfen, absinken lassen und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und es hat wirklich gut funktioniert. Was eigentlich kein Wunder ist, wenn man das mal so sieht. So ein Wurm in der Natur, der ist ja dick, der ist voller Proteine. Da stehen Barsche sowieso drauf, wissen wir. Ein Tauwurm ist ja immer noch ein Klasse-Köder und wird es auch immer bleiben. Ja, aber ist noch ein Vorteil dran, denn so ein Wurm kann eben nicht fliehen. Also es ist ein Szenario in der Evolution, was man als Low-Wisk, High-Reward bezeichnen kann. Also kein Risiko, der Wurm kann nicht fliehen, ich muss mich nicht anstrengen, vielleicht scheitere ich bei der Jagd, sondern ich habe eigentlich das Essen sozusagen vor der Nase, muss nur noch zupacken und werde dennoch mit viel Protein belohnt. Und das ist etwas, was Fische sehr gerne haben, ist natürlich sehr einfach für die. Und daher kann man auch Fische, die nicht gerade in der krassen Beißphase sind, die wirklich am Rauben sind, gezielt beangeln. Denn die kriegt man vielleicht mit einem schnell geführten Jig nicht ans Band, mit Wacky aber schon. Ja, jetzt gibt es aber noch einen anderen Vorteil, warum du Wacky fischen solltest. Kein anderer tut es. Also ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren niemanden gesehen, der das macht. Und ich kann dir garantieren, das fängt richtig gut. Ich habe es selbst intensiv getestet und ich war auch überrascht, wie schnell doch die Erfolge kamen. Ich glaube, auch die Fische sind einfach nicht so oft damit konfrontiert. Die kennen diesen Köder vielleicht nicht so, die sind da weniger misstrauisch. Gerade an gut befischten Spots ist das natürlich ein Vorteil. Ich kann es so an Grund führen mit Dropshot. Ich kann es mit einer Chibu auch am Grund genauso wie durchs Mittelfasser führen. Und viel Tackle brauche ich auch nicht. Der nächste Vorteil, denn jeder von uns hat doch eigentlich eine Dropshot-Route oder eine Barsch-Route, mit der man ganz gut Dropshot angeln kann. Da wird das natürlich funktionieren. Da brauche ich jetzt nicht spezielles Tackle für. Beim Wacky ist es ein bisschen schwieriger, aber hier überhaupt kein Problem. So, was brauche ich noch? Ich brauche einen Finesse-Haken, da kann ich auch einen Dropshot-Haken nehmen. Funktioniert auch gut. Die wirklichen Wacky-Haken, die sind sehr, sehr rund im Bogen. Ist gut, ja, dann sitzt der Wurm da gut drauf. Die Hakenspitze kann greifen. Die muss immer frei sein, das ist wichtig. Man kann aber auch Dropshot-Haken nehmen. Funktioniert auch. Klar, und dann brauche ich natürlich noch Wacky-Köder. Zum Beispiel den Fisch ab Skelly, den ich hier habe. Neuke Red Bee oder Machu Bee. Kein klassischer Wacky-Köder. Geht aber auch. Rest in Blood Tees. Ist auch sehr gut dafür geeignet. Und man kann sogar auch mit einem Easy-Shiner-Wacky fischen, wenn man ihn eben auf die Wacky-Art anködert. Der bewegt sich dann auch wie so ein kranker Fisch, der auf der Seite liegt, der so ein bisschen zuckt. Kann auch sehr, sehr gut funktionieren, muss ich sagen. Also wirklich mal was, was man ausprobieren sollte. Wichtig ist natürlich das Fluorocarbon-Vorfach. Wie so oft. Gerade bei einer langsamen Führung hat es so wenig Scheuchwirkung. Die Fische sehen die Schnur nicht wirklich. Fluorocarbon ist unter Wasser ja nahezu unsichtbar. Und wenn wir dann auch wirklich mal zwischen Seerosen landen und auch genau diese klassischen Wacky-Spots abangeln wollen, macht es natürlich Sinn, auch relativ viel Fluorocarbon zu nehmen. Wenn die Schnur an die Pflanzen kommt und so weiter, soll sie ja keinen Schaden nehmen und später reißen. Ja, das waren die wichtigsten Punkte. Und ich kann nur sagen, gebt Wacky eine Chance. Das kann wirklich sehr gut fangen und habt auch keine Angst vor, ja, recht großen Gummivürmern. Selbst kleine Barsche ziehen die sich einfach so weg, als wäre es nichts. Schlagt bitte nicht sofort an. Oft knallt der Fisch wirklich so auf den Köder und faltet ihn ein. Ja, dann hängt er auch in der Regel sofort. Ist aber nicht immer so. Manchmal nippen sie auch nur an einem Ende des Gummivurms. Da ein bisschen warten und wenn Druck auf die Schnur kommt, ganz normal anschlagen. Ja, wenn ihr das berücksichtigt, dann bin ich sicher, ihr werdet auch an euren Hausgewässern Erfolg haben. Das funktioniert definitiv. Ich war wirklich überrascht. Hat teilweise eben besser gefangen als ein normaler Jickkopf mit Gummifisch dran. Wenn die Fische gar nicht so bissig waren, wenn man sie ein bisschen rauslocken sollte, dann war das eine super, super Sache. Und es hat viel Spaß gemacht. Mal was anderes, mal was Neues probieren ist, glaube ich, sowieso eine gute Nummer. Wenn da noch Fragen offen sind, haut sie einfach mal in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Mackie-Angeln. Berichtet doch auch mal, wie eure Erfahrungen so waren. Und nicht vergessen, Wissen es macht, macht's gut. Ich bin Silvan von Fischewino. Ciao. Ich bin Silvan von Fischewino.